Moin, es gibt wieder Neuigkeiten von Commolino. Heute möchte ich das neue Booking-Tool kurz vorstellen, was wir in dem Kalenderbereich angegliedert haben. Mit diesem Booking-Modul, was jetzt hier oben mit einem eigenen Button zu sehen ist, kann man Ressourcen verwalten, wie Räume oder Fahrzeuge und kann dann auf diese Räume oder Fahrzeuge Einträge buchen, kombiniert mit einem Kalendereintrag mit Vor- und Nachlaufzeiten, sodass man ideal Räume und Fahrzeuge damit verwalten kann, aber zum Beispiel auch Notebooks oder Hardware oder was auch immer. Das funktioniert wie folgt, dass ich hier in der Kalenderkomponente jetzt oben ein Booking-Modul-Button habe und hier kann ich jetzt entweder ein Booking erstellen, also einen Termin mit Vor- und Nachlaufzeit für eine Ressource oder ich lege erstmal hier meine Ressourcen an. Die angelegten Ressourcen tauchen hier auf der linken Seite auf und ich lege jetzt mal eine neue Ressource an und nenne die einfach mal Leiner Besprechungsraum. Jetzt kann ich sagen, wer diese Ressource sehen soll, welche Abteilung, welche Standorte und optional kann ich hier noch festlegen, dass man auf diese Ressource auch einen Wunsch eintragen kann. Sprich, es könnte jemand sagen, hier, ich brauche den Raum von dann bis dann für die und die Sache und dann wird das erstmal schraffiert dargestellt, bis dann derjenige, der die Berechtigung hat, diese Ressourcen auch festzumachen, das dann bestätigt oder halt auch nicht. Was kann ich hier rüber einstellen? So, jetzt speichere ich das mal. Jetzt taucht hier an der linken Seite der kleine Besprechungsraum auf. Dann sage ich, ich möchte jetzt mal ein Booking vornehmen und sage, ich lege jetzt quasi einen Termin mit einem dazugehörigen, mit einer dazugehörigen Sourcen an und nenne das Ganze selbst mal als EF-Jahres Hauptversammlung und suche dann den Kalender aus, also wo die Veranstaltung eingetragen werden soll. Jetzt nehme ich mal hier den Testkalender, sage wann das ist, so heute von 11 bis von 12 bis 14 Uhr. So, jetzt kann ich hier noch, wenn ich möchte, eine Beschreibung eintragen. Jetzt sage ich weiter zum Booking. So, jetzt sehe ich hier einmal die Kernveranstaltung, wann die stattfindet und wann die auch in dem Kalender eingetragen wird. Und hier sage ich jetzt so, wo soll die denn stattfinden oder was brauche ich dafür? Und da kann ich jetzt sagen, das ist im großen Saal, sage ich jetzt mal. Und hier kann ich jetzt eintragen, wie viele Minuten vorher ich den Raum schon sozusagen benötige dafür, was ich jetzt, um den herzurichten, gut zu lüften, Getränke hinzustellen, was auch immer. Jetzt sage ich mal zwei Stunden, 120 Minuten vorher und hinter den ganzen Krempel wieder aufräumen, 60 Minuten danach. So, und wenn ich das hier eintrage, dann sehe ich auch schon, wann hier die Zeit eigentlich beginnt für den Raum und endet. kann ich hier auch nochmal schreiben, was ich bitte Punkt Ledge prei geben vorher, was ich keine Ahnung. So, jetzt kann ich sagen, ich trage das jetzt ein und dann erscheint jetzt hier für heute der, in der Ressource sehe ich hier, hier ist von 10 bis 15 Uhr der Raum geblockt. Die Farbe orientiert sich immer dann an der Farbe des jeweiligen Terminkalenders. Und wenn ich jetzt hier switche auf die Termine im Kalender, sehe ich auch, hier ist jetzt die Kernveranstaltung angelegt, ab 12 Uhr, 12 bis 14 Uhr. Und im Booking-Module ist die halt inklusiv dann vor und nach Laufzeit eingetragen. Ich kann das natürlich auch jederzeit wieder bearbeiten oder löschen oder verschieben. Damit haben wir jetzt eine gute Möglichkeit, auch solche Dinge zu managen, um dann wirklich solche Objekte über Cumulino zu verwalten. Dazu gibt es auch noch in den Berechtigungen Einstellungen, in denen man dann sagen kann, ich switche da mal eben hin, hier unter Benutzergruppen, sage ich mal, die Bearbeitung. Es gibt jetzt neue Berechtigungen in Form des Kalenders, dass man sagen kann, auch bei den Kalendern kann entweder, wenn man die bearbeitet, alle bearbeiten oder ich kann nur die bearbeiten, die sozusagen passend sind zu meinen Abteilungen und Standorten, wo ich selber eingesetzt bin. Und das gleiche auch beim Booking. Ich kann sagen, bei Booking, entweder darf ich alle Booking-Einträge verwalten oder nur die, die mit meinen zugewiesenen Abteilungen und Standorten passen. So kann man das jetzt auch noch feiner untergliedern. Das ist quasi in dem Schritt dann neu dazugekommen und das bietet viele neue gute Möglichkeiten. Untertitelung des ZDF, 2020 Mancheisen, die ist ja HEYT! Mancheisen, die sind nicht immer wieder. Mancheisen, die sind immer wieder gut, wenn man das so schwer verändern kann. Mancheisen, die sind nicht immer wieder nach oben, also die sind nicht immer wieder nach hinten. Untertitelung des ZDF, 2020